alte verhaltensmuster durch neue ersetzen hört man überall ist easy ja einfach mal neues verhalten angewöhnen alte routine überschreiben läuft wenn es so einfach wäre würde es mich nicht geben denn die meisten menschen haben unglaubliche probleme stehen vor ganz großen herausforderungen wenn es darum geht alte verhaltensmuster durch neue verhaltensmuster zu ersetzen warum ist das eigentlich so das ist die ganz große frage herzlich willkommen bei andreas trienbacher deinem performance coach und hier ist natürlich immer die ganz große frage warum fällt es vielen menschen so schwer aus diesen alten verhaltensmuster auszutreten rauszugehen in neue verhaltensmuster überzugehen was ist da die herausforderung schaut mal wenn man wenn wir uns ein verhaltensmuster angewöhnt haben dann hat es ja einen grund warum wir das angewohnt haben wenn wir zum beispiel jemand sind der ungern sich bewegt warum ist das so ja weil wir festgestellt haben das ist bequem das ist jetzt nicht anstrengend ist jetzt easy nichts zu tun kostet keine energie also für uns ein haken dran fühlt sich gut an bleiben wir dabei so jetzt kommen irgendwann auf die ideen sagen so jetzt möchte ich aus diesen alten verhaltensmuster raus ab sofort werde ich sportler was müssen wir dafür tun wir werden dann am anfang immer wieder entscheidungen treffen müssen es zu tun es ist ja noch keine routine wir machen das ja noch nicht acht bis zehn bis zwölf wochen sondern wir sind erst ganz kurz aus einer alten routine in ein neues verhaltensmuster rein nicht eine routine denn eine routine ist ja noch keine eine routine ist dann wenn wir nicht mehr darüber nachdenken müssen wenn wir sport betreiben wir müssen nicht mehr darüber nachdenken wir machen es einfach dann ist eine routine dann ist eine routine die uns gut tut dann wissen wir dass wir es brauchen dann wissen wir dass es für uns wichtig ist wenn wir aus einer alten routine raus gehen in eine neue rein dann dauert erst eine gewisse zeit lang bis aus diesem anfänglichen neuen projekt was selbstverständliches wird und genau diese zeit ist sind in der regel sechs acht bis zehn zehn bis zwölf wochen in dieser zeit treffen wir ständige entscheidungen wir werden heute sport machen wir werden heute um 19 uhr sport machen wir werden heute diese und diese art von sport machen die in die übungen das und das tun und es ist ja noch nicht selbstverständlich dass es einfach so läuft und wir müssen entscheidungen darüber nachdenken und dieses drüber nachdenken kostet energie und wenn wir den ganzen tag schon entscheidungen getroffen haben und in unserem terminplan steckt nichts drin zum thema sport was machen wir dann abends wir wollen keine energie mehr aufwenden und dann überlegen wir ganz kurz sollen wir sport machen sollen wir uns bewegen und dann fällt die entscheidung nein machen wir nicht wir haben heute schon viele entscheidungen getroffen die energie gekostet haben aber diese entscheidung hat abend die wird energetisch arm wir machen gar keinen sport keine bewegung das ist das alte verhalts muss ist easy das einfach die neue entscheidung zu treffen ist energetisch immer aufwändig wenn ihr jetzt mal darüber nachdenkt geht es da tatsächlich rein und energie ja es geht tatsächlich rein und energie wenn wir abends keine lust mehr haben uns zu bewegen dann ist eine energetische frage ja nein denn nichts zu tun auf dem sofa zu legen bierchen zu trinken schokolade zu essen schönes abendessen machen wo man sich nicht bewegen muss ist energetisch arm sich zu bewegen ist energetisch aufwendig wenn wir den ganzen tag schon viele energetische entscheidungen getroffen haben aufwendige entscheidungen werden wir abends keine energetisch aufwendige entscheidung mehr treffen und somit bleiben wir in der allen routine hängen und somit ist jetzt die frage zu überlegen wie bekommen wir das am besten hin aus diesen alten verhaltensmuster überzugleiten in neue wie machen wir aus alten verhaltensmuster nicht gesund war neue gesunde verhaltensmuster wie gehen wir da am besten vor und da gibt es jetzt von mir ein paar richtig geile tipps gerade am anfang in den ersten acht wochen sollten die trainingseinheit wenn es darum geht sport zu machen ob das ein laufen ist ob das schwimmen ist ob das federball handball was auch heißt wandern ist kraftsport zu machen fitness sport zu machen ist egal wichtig ist in eurem terminplan sollte es drinstehen nummer eins es soll im terminplan drinstehen nummer zwei meinen vorschlag an alle die jetzt nicht morgens um sechs wochen im geschäft sein müssen macht euren sport morgens jetzt fragt ihr euch warum morgens erstmal die meisten die sport machen möchten haben ein paar pfund zu viel auf dem trippen somit lohnt sich ein nüchtern training ein nüchtern zuckertraining lohnt sich definitiv weil die fettbeordnung dadurch besser ist nummer zwei in der regel haben wir morgens um halb sieben oder um sechs vielleicht manche sogar schon oder um halb sechs manche genau schon um halb sechs trainieren oder um halb acht haben wir noch nicht viele entscheidungen getroffen die energetisch aufwendig sind somit steht in deinem in deinem kalender drin montags mittwochs freitags dienstag donnerstag samstags morgens ein training drin samstagmorgen muss ja nicht um sechs sein kann ja auch um neun sein und da steht es fest verankert drin denn dann steht schon einmal mit hohen prioritäten im kalender und wenn du deine termine genauso ernst nimmst die termine deiner mit deiner kunden wenn du termine mit deinem chef genauso ernst nimmst dann werden die termine auch funktionieren du musst aber dazu keine entscheidung treffen denn es steht schon drin du hast sie schon mal als erstes schon mal einen kleinen vorvertrag gemacht und das ist wichtig okay denn morgens haben wir noch keine energetisch aufwendige entscheidung getroffen in der regel wenn es ein paar wochen rum sind sind wir auch morgens frisch vor allem unter voraussetzung dass wir abends früh ins Bett gegangen sind da kommen wir gleich drauf zu sprechen also termineintragen morgen seid ihr frischer ihr habt noch nicht viele energetisch aufwendige entscheidungen getroffen in der regel ist es so wenn du abends nach hause kommst von der arbeit dann bist du meistens erschöpft ganz oft wünschen wir uns dass wir um 18 nur feierabend haben es wird nichts es wird halb sieben es wird sieben es wird halb acht und dann sitzen wir im auto überlegen jetzt noch sport machen oh no dann fahrst du nach hause du siehst dein sofa was passiert richtig energetisch arme entscheidung wow sofa wow wieso ich hab doch heute schon so viel geleistet ich muss doch jetzt nicht nochmal sport machen okay das wäre der erste wertvolle tipp der zweite wertvolle tipp ist dass wenn ihr euch mit sport beschäftigt dass ihr dann am abend zuvor schon mal eure sportsachen richtet die müssen im bad schon fertig sein wenn ihr zu hause trainiert muss das zeug schon da sein wenn ihr raus geht in die frische luft müssen die laufschuhe da stehen nicht erst im schrank suchen nicht wieder zehn minuten gucken wo es war es muss alles vorbereitet sein es sollte vorbereitet sein das nächste ist ihr geht ins fitnessstudio morgens dann ist die tasche abends gerichtet ihr geht unmittelbar auch eine möglichkeit nach der arbeit ins fitnessstudio in den sport dann ist die sporttasche im auto ihr fahrt nicht mehr nach hause denn wenn ihr zu hause seid die tür aufmacht die kinder kommen die frau kommt es entsteht ein kleines bisschen herzlichkeit wärme die sofa also dann nee was werden wir machen wir entscheiden uns wieder für die energetisch arme entscheidung und werden mit auf dem sofa landen mit am küchentisch landen wieder im kühlschrank landen wir werden wieder unser projekt über den haufen werfen auch hier seht ihr auch wieder so ein tipp wo wir sagen hier ist es nicht so schwer abends die sporttasche zu richten abends dafür zu sorgen dass die laufschuhe da stehen ist möglich ist absolut easy auch das bitte nicht vergessen was haben wir noch wenn ihr aus alten verhandlungsmuster raus wollen zum thema schlafen auch zum thema schlafen wie schaffe ich es früh ins bett zu kommen denken wir mal drüber nach was machen die meisten menschen zwischen 22 und 24 uhr wir machen da in der regel nichts was für unser leben überlebensnotwendig ist wir machen in der regel da nichts was von hoher qualität ist denn der körper der geist ist auf schlafen eingestellt die hormonsekretion ist auf schlafen eingestellt auf entspannung aus homoestase aus ausgleich der hormone und jetzt fangen wir an arbeit zu machen die qualität der arbeit ist niedrig wenn wir überhaupt arbeiten oder die meisten machen zwischen 22 und 24 uhr nichts produktives nichts was sie wirklich zum überleben brauchen wäre es da nicht sinnvoller ins bett zu gehen dafür eine stunde früher zu schlafen oder eine halbe stunde früher zu schlafen um morgens frisch aufzuwachen ihr seht auch hier aus alten Verhaltensmusten auszubrechen ist erstmal auch der weg darüber nachzudenken was macht Sinn was ich gerade mache und bis vom 23 uhr bis um 24 uhr 24 uhr 30 vom Fernseher zu sitzen und irgendwelchen Unsinn anzuschauen macht definitiv keinen Sinn irgendwelche Ballerspiele zu machen irgendwelche Dinge zu machen die nicht produktiv sind und uns am nächsten Tag daran hindern dass wir uns gesund ernähren uns daran hindern dass wir uns in Bewegung begeben macht doch wirklich gar keinen Sinn somit ist hier die Frage Entscheidungen treffen gesunde Entscheidungen treffen alles klar ab sofort gehe ich eine halbe Stunde früher ins Bett damit ich morgens frischer bin damit ich morgens mehr Leistung bringe damit die Wahrscheinlichkeit dass ich am nächsten Morgen Lust auf Bewegung habe viel größer ist ich bin ausgeruht ich habe mehr Power auch hier seht ihr mal die alte Situation überprüfen und zu gucken was kann ich da ändern und schon fällt es viel einfacher aus dem alten Verhaltsmuster ins neue reinzukommen denn unsere alten Verhaltsmuster die sind ja meistens nicht besonders gesund sonst wären wir ja nicht träger sonst hätten wir ja kein Übergewicht sonst wären wir ja nicht Sport eingeschränkt Mobilität eingeschränkt wenn wir die richtige Entscheidung getroffen hätten also machen wir uns Gedanken darüber hm was macht Sinn was macht keinen Sinn dann wird er feststellen dass wir uns viele Dinge angewohnt haben oder angewöhnt haben die nicht gesund sind und die uns blockieren die uns ausbremsen und mit diesen alten Verhaltsmuster in ein neues rein zu rutschen ein neues zu verankern ein neues zu verfestigen ist super schwer genau deswegen auch mal darüber Gedanken machen was macht Sinn das gleiche gilt natürlich auch für das Essverhalten ja in der Regel müssen wir nicht darüber nachdenken was wir essen wir wissen am nächsten Tag gibt es keine Ahnung Brötchen vom Bäcker ein Brezl vom Bäcker am nächsten Tag gibt es mittags was in der Kantine da müssen wir nicht darüber nachdenken wir treffen da keine Entscheidungen mehr und jetzt ist die Frage hinterfragen wir einfach mal unser Verhalten und überlegen hm bringt dieses Essen überhaupt was was ich mich dazu führe ok ich bin müde ich bin träge durchs Essverhalten nach dem Mittag völlig mental erschlagen ich habe überhaupt keine Power liegt es daran an dem was ich esse oh ja sicherlich auch so ich denke gar nicht darüber nach was ich esse einfach und hier am Anfang mal bewusst zu überlegen ist das was wir essen gesund ist das was wir da essen für unsere Leistung förderlich und dann stellen wir fest nee ist es nicht also treffen wir eine neue Entscheidung was gesundes zu essen und gerade in der Anfangsphase werden wir uns immer wieder überraschen gerade beim Essen so ganz einfach in die Kantine gehen und immer schön Schnippos hauen immer das gleiche essen was wir gewohnt sind fällt uns relativ einfach unsere Geschmacksnerven sind damit arrangiert wir müssen keine neue Entscheidung treffen das kennen wir alles schon so und jetzt sollen wir das erste Mal uns gesund ernähren jetzt gibt es auch wieder die Rechnung was hat mir mein altes Verhalten bis dato gebracht mein altes Verhalten mein altes Essverhalten es hat mir 20 Kilo Übergewicht gebracht es hat mir gebracht dass meine Mobilität eingeschränkt ist weil ich einen viel zu dicken Bauch habe es hat dafür gesorgt dass ich ständig Dreck bin dass ich nicht gut schlafe es hat dafür gesorgt dass meine Körpersprache leidet wäre jetzt ja ganz einfach zu sagen hey Änderung umstellen und die ganzen Faktoren werden sich verändern meine Körpersprache leidet nicht mehr ich habe mehr Mobilität ich habe mehr Power ich habe mehr geistlichen Power nicht nur körperlichen Power auch mehr geistlichen Power und durch das was ich hier oben zuführe habe ich mehr Energie mehr Leistung so und diesen Switch im Kopf zu machen zu überlegen warum mache ich das überhaupt welche Vorteile hat das was ich da tue und dann werdet ihr sehen wenn ihr euch mal die Vorteile schwarz auf weiß aufschreibt dann werdet ihr feststellen stimmt ich tue da was was mir schädigt ich mache da regelmäßig was was mir nicht weiterhilft was mir keinen größten Erfolg beschert was nicht dafür sorgt dass ich gesund bleibe was nicht dafür sorgt dass ich eine schönere Körpersprache mehr Leistung habe genau das ist das aus alten Verhaltensmustern raus sollte man erstmal darüber nachdenken zu was haben mir die alten Verhaltensmuster geholfen haben mir die wirklich haben die mich unterstützt haben die dafür gesorgt dass ich erfolgreicher bin haben die dafür sorgt dass ich gesünder bin haben die dafür gesorgt dass meine mein Charisma meine Körpersprache meine Energie Spiegel höher ist nein hat es nicht also ersetze ich das Ganze und immer dieses Denken vorher zu überlegen warum warum soll ich es ändern was war an der alten am alten Verhaltensmuster so schädlich und dann zu überlegen was bringt mir das neue Verhaltensmuster diese Rechnung aufmachen dann werdet ihr sehen dass diese Rechnung wenn wir uns zum Thema Bewegung beschäftigen wenn wir das Thema Ernährung an den Start nehmen gesunde Ernährung besseren Schlaf dann werdet ihr feststellen diese Rechnung geht immer positiv auf unterm Strich habt ihr immer ein Plus ihr werdet immer ein Plus haben denn die Gesundheit haben wir nur einmal wir haben nur einen Körper wenn wir den nicht pflegen bekommen wir irgendwann mal ein krasses Problem das will kein Mensch haben denn frag mal Menschen die gesund sind wie viele Wünsche sie haben die haben ganz viele Wünsche super viele Wünsche und dann frag mal Menschen die krank sind welchen Wunsch hast du eigentlich dann wirst du nur einen Wunsch hören vergess das bitte nicht wir haben nur diesen einen Organismus den haben wir bekommen den haben wir von Natur aus geschenkt bekommen dieses Teil funktioniert wunderbar also diese Anatomie inklusive dem Teil zwischen den Ohren das ist bombastisch wie das Ding funktioniert die Natur hat eine Meisterleistung vollbracht und jetzt ist die große Frage wie gehen wir damit um was tun wir mit diesem Teil pflegen wir das wirklich indem wir zu wenig schlafen pflegen wir das wirklich indem wir uns ungesund ernähren pflegen wir das wirklich indem wir uns nicht mehr bewegen indem wir uns nur noch maximalen Business Stress aussetzen das ist keine Pflege das ist Missbrauch und danach gibt es irgendwann den Denkzettel die rote Karte und so weit darf es nie kommen never und genau deswegen für euch diese Information so jetzt wurde es wieder ein bisschen emotional weil das ist mein Job denn ich habe ganz viele Menschen hier die im Business super erfolgreich sind maximale Performer aber sie haben vergessen sie haben vergessen ihre Gesundheit zu investieren sie kommen hier hierher mit einem 150.000 Euro Auto mit einer Uhr für 20.000 Euro im Handgelenk aber mit einem Körper der hat nichts mit dem Sportauto zu tun der hat nichts mit einer tollen Uhr zu tun das ist ein desolater Körper der meistens 10-15 Jahre älter ist auf dem Datenblatt was die Mobilität anbetrifft was die Vitalwerte anbetrifft wie das was tatsächlich im Ausweis steht und dafür haben wir uns nicht selbstständig gemacht dafür haben wir nicht diesen tollen Beruf ergriffen um zu sagen der Missbrauch am Körper ist halt so gehört halt eben mit zum Business das ist nicht richtig genau das ist meine Arbeit und da freue ich mich drauf und wenn du jetzt sagst Andreas du hast völlig recht du hast zu 100% recht und ich habe es schon so oft versucht und nie hat es funktioniert dann gebe ich dir jetzt einen wertvollen Tipp du findest unten in den Bemerkungen in den Shownotes findest du meine Page meine Landingpage wo du dich eintragen kannst wo du jetzt sofort deinen Termin machen kannst und sagen kannst ich habe die Schnauze voll ich möchte jetzt raus aus dieser ungesunden Falle ich möchte rein in einen neuen gesunden Fitness Lifestyle einen gesunden Lifestyle zum Thema Schlafen Ernährung Achtsamkeit und Bewegung mach deinen unverbindlichen Termin jetzt trag dich ein und dann wirst du mit meinem Mitarbeiter ein Gespräch führen er wird gucken was brauchst du alles und wenn dann alles passt und wir ein geiles Match haben dann haben wir in Kürze den Spaß miteinander zusammenzuarbeiten und darauf freue ich mich jetzt bist du dran zu entscheiden jawohl ich habe mir schon lange überlegt jetzt wird es in der Zeit ich brauche einen Profi an meiner Seite der mir sagt wie es geht dann profitierst du von über 30 Jahren Berufserfahrung von über 50 Weiterbildungen zum Thema Ernährung Training Achtsamkeit Schlaf dann profitierst du vom Fachwissen von über 25.000 erfolgreich beratenden Coaches davon über 8.000 rein online so was willst du mehr auf was wartest du es gibt keinen Grund zu zögern ich habe für dich die Lösungen du musst nur noch zugreifen das ist dein Part zu sagen jawohl jetzt will ich es wissen so ich freue mich und freue mich bald von dir zu hören bis dahin wünsche ich dir bei allem was du tust maximalen Erfolg maximale Gesundheit bis bald mach's gut dein Performance Coach Andreas Drienbacher